Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Tschucka, 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 tschucka Ist das? Du siehst irgendwie komisch aus Ich bin komisch Nee, aber ehrlich, du gefällst mir gar nicht heute Du gefällst mir nie Aber ich lass es nicht so raushängen Ich mach mir ja nur Sorgen Hm? Ich mach mir Sorgen Was machst denn hier Sorgen? Um deine Gesundheit Mach dir lieber Sorgen um deine Karriere Aber nicht, dass du was Schlimmes hast Was soll ich denn Schlimmes haben? Hm? Außer dich Was weiß ich, Vogelgrippe oder Sehr, sehr dünnes Eis Sehr, sehr dünnes Eis Pass mal auf, Freund, ich kann Karaoke Nee, aber warte mal hier Hm? Sehr witzig, wo soll ich denn üben? Ich wäre die Erste, die hier weg ist Aber irgendwas hält nicht fest Ich will mal sicher gehen Was ist denn das? Das ist ein Fiebertherameter Was machst du denn damit? Damit stecke ich mir die Haare hoch Wirklich? Man, damit messe ich bei dir Fieber Achso, okay Nicht unter dem Arm Nicht unter dem Arm Auch nicht im Mund Darf ich fragen, wo? Am genausten besser Denk nicht mal dran Ja Das ist ja schon okay Warum nix denn jetzt so? Ich wusste, dass du das sagst Wie, du wusstest das ja sagen? Weil ich immer schon vorher weiß, dass du sagst Das ist ja Quatsch Wusste ich auch, dass du das sagst Ich weiß auch, was du mich gleich fragst Was? Genau das Denn ich bin das Orakel vom SWR Okay, ja Ich kann nicht die Zukunft sehen Ich habe das zweite Gesicht Ja Mir persönlich reicht schon dein erstes Pass nur auf, mein Freund Ich kann auch Kawasaki Das musst du mir erst mal beweisen, dass du ein Orakel bist Okay Na mach Ich werde es dir beweisen mit einer Seelance Mit einer was? Mit einer Seelance Das ist eine Seelance? Das ist französisch Heißt so, wie ich direkt bei einer Sitzung Also, du meinst eine Seelance? Ja, du hast es nur falsch ausgesprochen Du sprichst französisch? Ja, natürlich Was heißt auf Französisch? Blöder Affe? Das ist einfach Sacha Grenet Boah Was riecht hier? Was ist das denn? Das ist ein Käse Das ist ein holländischer Käse Das ist der Käse der Wahrheit Der Käse der Wahrheit? Ja, aber die Häsier sagen dazu The cheese of Trude Bitte? The cheese of Trude Das habe ich immer noch nicht verstanden The cheese of Trude 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 Jetzt hast du es Ich glaube, der Käse mag mich Nee Wie kommst du denn darauf? Der hat mich gerade angelächelt Nee Da ist nichts verkehrt rum Da geht schnell weg Jetzt ist es stinkig Wenn du ein Orakel bist, bin ich Käpt'n Igloo Dann bist du Käpt'n Igloo Dann bist du Käpt'n Igloo Ja Ahoi! Das gibt's zu rhymes Ja Die könnt ihr nicht lassen Vielen Dank. Sascha Grammel.